Hallo und herzlich willkommen zum Video-Podcast der Prignitzer Leasing AG. Mein Name ist Thomas Flemming. Ich möchte Ihnen in den kommenden Folgen einige Sachverhalte aus unserer Leasing-Welt näher erläutern und einige Tipps mit auf den Weg geben, welche Ihnen Ihre Investitionsentscheidungen erleichtern können. Ich werde dabei versuchen, unsere Erfahrungen aus der alltäglichen Praxis mit einzubinden, damit mein Vortragen für Sie anschaulich wird. Selbstverständlich können Sie auch Fragen an uns richten, welche ich hoffentlich im Anschluss gut beantworten kann. Und darüber hinaus planen wir auch eine live geschaltete Fragestunde und ich bin bereits jetzt gespannt, welche Themen Sie am meisten interessieren werden. Fürs Erste jedoch möchte ich ein paar Worte zu unserer Prignitzer Leasing verlieren dürfen. Gegründet wurde unsere Leasing-Gesellschaft im Jahr 2003 und hat am 6. November seinen 14. Geburtstag. In unserem Team engagieren sich derzeit aktuell acht Mitarbeiter, welche ich Ihnen gern zu einem späteren Zeitpunkt persönlich vorstellen werde. Mit unserer Dienstleistung der Finanzierung mobiler Investitionsgüter quer durch alle Branchen gestalten wir unterschiedliche Vertragsmodelle. Neben den bekannten Leasing-Objekten wie Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Forstfahrzeuge haben wir aber auch Kleinfahrzeuge, Helikopter, Eisenbahn, medizinische Geräte, Rinder oder auch Pferde in unserem Portfolio. Dabei ist die große Herausforderung, den Investitionsanfragen individuell zu begegnen. Macht das Spaß? Auf jeden Fall. Kein Fließband oder jeden Tag das Gleiche. Nein, wir schätzen immer wieder aufs Neue die Herausforderung und tatsächlich, es gibt sie immer wieder. Unterwegs sind wir in ganz Deutschland. Und das ist auch gut so. Wir können nicht alles, aber dafür intensiver. Unser Motto lautet Erfolg durch Partnerschaft. Deshalb freue ich mich, wenn auch Sie Teil unserer Video-Podcast-Reihe werden und unsere Seite vielleicht abonnieren. Herzliche Grüße aus der Prignitz, Ihr Thomas Flemming. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.